bam 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 커�iesta und herzlich willkommen bei Conan Excellence in der Stufe 4 Bitsch alles ist durch die die Stufe 25 erzählen hätte ich auch in Borderlands Das kann jetzt aber nicht sein, oder? Ich schwöre euch, bevor ich auf Aufnahme gedruckt habe, ist da 10.000 gestanden, oder 11.000. Da kann man da... Jetzt sind die Knochen. Navigationskanzler in den Edelsteinschrumpf gehabt. Und die da raus und zählen nicht. Warum zählen das jetzt nicht? Ist das lästig. Jetzt muss ich das alles nochmal hinsteigen. Na gut, ihr seid jetzt live dabei, wie ich das nochmal stehen muss, weil sonst es nicht zählt. Ich stelle es jetzt einfach mal. Ich habe mich nur ausgelockt und wieder eingelockt, um diesen kreativen Modus wieder los zu werden. Steigt aber auch nicht wirklich. Warum zählen das jetzt bloß einmal? Also ich schwöre euch, dass da bevor ich das nochmal rausgegangen bin und wieder eingegangen bin, dass da 11.000 gestanden ist. Hier. Ich schwöre, Alter. Jetzt wäre mir sogar schlechter wie vorher fahren musst du Schufe. Mach dir die nicht mehr in der selben Aufnahme-Session. Hallo. Warum erkennst du das nicht an? Ich bin ja schon wieder ein Vogel. Du kannst da rein geblasen, wie du willst. Ich bin ja schon wieder ein Vogel. Ich bin ja schon wieder ein Vogel. Warum erkennst du das nicht an? Ich bin ja schon wieder ein Vogel. Warum erkennst du das nicht an? Das gibt's nicht, oder? Er erkennt es nicht an. Jetzt zieht's auch nicht ab, gell? Jetzt will ich das wieder hinstellen. Da und direkt vor deinen Nosen. Der will mich doch veräppeln, oder? Der will mich doch verorschen. So, der ist doch nur mir hier. Kinder nicht. Kinder, warum? Kinder 3, dann passt so. Oh, kurz den Müll raus. Dieser Kinder auch. Das kennst du auch. Das ist doch nett. Ja, wird schon. Jetzt hol ich's noch mal ins Inventador. Und dann noch mal hinstellen, dass der werte Kollege das anerkennt. Ja, wird schon. Sehst du das? Hallo. 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 Stell's einfach mal irgendwo hin. Wir haben immer noch Stufe 2. So, machen wir das mit dem Mann nochmal da. Nein. Ach, rum. Ach, warum? Warum ist die Banane krumm? Und weil sie es nicht. Man weiß es schon, weil sie Richtung Licht wächst. Also das ist ja klar. Richtung Sonne. Ja. Ich auch. Ich bin Teilauf begeistert. Stufe 3, gleich nochmal Stufe 4. Ja. Ja, immer mehr. Ich versteh schon. Versteh schon. Wenn du richtig zähnst, jetzt müsstest du dir nicht alles nur mich hinstellen. Dass du deine Bücher richtig fündest, dass du wissen, dass wir das schon alles gehabt haben. Oh, du bekritzelst da bloß irgendwas rum. So, jetzt haben wir Stufe 4. Das ist anstrengend. So, ja. Ich hab da nur ein paar Töne gebaut. Und... Au, 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 au. Spikes. Ach, putze fixe. Meine Damen und Herren. Follow me. Nein, follow me nicht. Ich muss erst die dort starten. Follow me mal da her. Es ist dann interessant, wo die wieder kommen. Gehen wir uns wieder von da hinten, oder gehen wir uns von da vorne. Die Schätze gehen wir wieder von da hinten. Aber wurscht ist es mir auch. So. Ja, Wohlstand verkünden. Denn, wir sind reich. Aber es ist jetzt alles, was ich besitze. Also maximal Stufe 4. Den Rest muss ich, wenn dann über den Kreativen, wo das Mord einmal Stufe 10 sein können. Es werden eine Zeilen dauern, bis ich die Schätze da zusammen trage. So. Jetzt schauen wir mal, wo es kommen. Jetzt müssen wir mal einen Schluck bringen. Jetzt dritte Folge. In Folge. Muss ich aufnehmen. Machen wir mal einen Schluck bringen. Wie bitte? Nicht wirklich, oder? Warum? Warum kann jetzt die Perth schon wieder nicht aufbauen? Warum? Die war jetzt dreimal da. Dreimal. Und jetzt auf einmal kannst du nicht mehr kommen. Ja. Ich will, dass die Perth schon kommt. Verdammte Nade. Ich will den Klopfen machen. Ja. Wie bitte? Ich will keinen Koller kriegen. So. Das weiß ich keinen Koller kriegen. macht gar nichts mehr. Ein Purge ist der für nichts mehr. Und dann kommt es nicht. Sie finden keinen Platz, um eine Basis zu bauen. Hallo, Wüste. Ganz viel Wüste. Überall Wüste. Schwierig. Also echt schwierig mit dieser Purge. Legst du mich doch mal da, wo es die Sonne nicht scheint. Wir haben euch auch noch irgendwas gegeben. Was habe ich euch gegeben? Nächstes habe ich die Golems gegeben. Genau. Kommt sie mal her, da. Stop following. Die. Oh, nicht mal. Ich weiß nicht, wo ich das hinführen soll. Nehmen wir mit das. Nein. Nehmen wir mit das. Das. Da habe ich mit der Silberstapel gemein noch etwa. So. Jetzt haben wir nichts mehr getan. Nein. Wie gehen wir jetzt Richtung Dschungel? Ganz ehrlich. Jetzt auch von denen habe ich genug. Teilung haben wir. Das haben wir auch. Das tauscht man. Genau. Jetzt legen wir den Weimer irgendwo in eine Kiste ab. Nein, da kann ich keine Basis nicht. Ich baue. Hä? Da hinten ist überhaupt kein Platz. Also, wo möchtest du da ein Lager aufstehen? Da stehe ich nicht. Oder da hinten. Wo möchtest du da ein Lager aufstehen? Da ist überhaupt kein Platz. Geh weg, du Hase. Das ist einfach. Ich weiß nicht. Jetzt können sie ja alle sagen, die neue Purge ist viel besser. Ich finde sie einfach nicht. Ich sieg das nicht. Wie wir so gemacht haben. Na ja. Essen könnten wir uns einmal. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Und das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Und das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir noch. 75 Stück. Gut. Ich töte mal den Hirsch, vielleicht nichts an dem, also nicht Hirsch, aber jetzt steht er auf einmal da. Nein, ich töte manchmal Sicherheit selber. So, das müsste doch der Platz sein, oder? Nichts meiner. Den hat er da drüber die Zinnen hinbauen, jetzt kann ich da selber nicht mehr aufrechseln. Wenn es jetzt wieder nicht geht, dann laufen wir los. Ich habe die beiden nicht vergessen gebaut wie vorhin, bloß außenrum noch was ich eingestellt. Also an dem Fall ist ein Edling, weil ich irgendwo zu nahe gebaut habe. Soll ich die Dinger wieder wegbauen? Stört die da? Ich weiß es ja nicht. Mengen die keine Spikes? Das ist gegen die Genfer Konvention? Ich weiß es ja nicht. Oh, da können wir nicht ergreifen da an Spikes. Da piegst ich mir ins Auge. Nein. Da ist der. Ohne Kacke. Soll ich nochmal grob die Richtung, wenn ich nicht möchte. Ich möchte den Blutstein mitnehmen, wenn es geht. Auf den Weg. Weg ist mir jetzt. Die mag nicht mehr. Nee, die Purge Lady. Seid ihr alle da? Eins, zwei. Wo ist denn? Vier. Da fehlt einer. Was ist denn da jetzt was? Warum chillst du da? Was geht denn auch mit dir, Alter? Da steht da und chillt im Eckerl. Ich glaube, ich will ein Vogel. Die Leute tun auch nicht mehr das, was es mir ihnen sagt. Gibt es ja nicht. Die steht da hinten und chillt sich an. Und denkt sich, oh, ich stelle mich da um die Ecke. Dann sieht er mich nicht einmal in dem Miki in dem blöden Dschungel. Da schwitze ich immer so. Oh, Alter. Was geht ab? Selbst die NPCs tun auch nicht das, was mir einer sagt. Das kenne ich schon. Da muss ich nicht extra hin. Ach, Kaspi, das ist schon wieder auch mit dieser Purge. Ich würde euch ja bloß einmal schön langsam alle Stufen zeigen, was es gibt. So Stück für Stück. Aber nein. Computer sagt nein. Also mein Computer kann nicht über das Programm da halt. Das Spiel. Ich weiß nicht, was ihr da noch sagen sollt. Oh nicht, Mann. Sonst was mir nur einfach ist. Lasst sie ab, oder? So. Dann freut mich wenigstens das, wenn mich schon die Purge nicht gefreut. Damit mich die ärgert hat. So. Jetzt schauen wir, wie der Trick hat. Da oben war es nicht. Das ist anscheinend ein Lager gewesen. Ich bin echt stinkig. Ich bin echt stinkig. Nervt's mich nicht. Du schaust aus wie He-Man für Arme. Du schaust aus wie He-Man für Arme. Ja. Na super. Den Sack von Asch habe ich gefunden. Ja. Da ist er. Ja. Das Trick hat. Hat's auch. Komisch. Das ist ja nur beim Lüttrich. Und wenn die da Fahri da rumlaufen. Aber ja. Das ist jetzt nicht. Die braucht bloß den Flugstein. Der Rest ist mir wurscht. So. Dann lauft man da rüber. Genau. Wir in den Dschungel. Ja. Nein. 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 Jetzt bin ich ja extra umzogen mit der Festung. Ja. Mit der Schatzkammer. Die hatte ich ja nicht mit. Von euch ist die Kommentare schon gekommen. Ich muss ja die Treppen hier bauen. Ich weiß nicht. Ich seh das einfach nicht. Da ich den Feind da wie gebaut habe. Dass ich jetzt mit dem Schatz komme. Aber ist ja wurscht. Dann haben wir die Schatzkammer woanders gebaut. Wo es nun leichter ist. Auf freier Fläche eben. Wüste. Nichts ist im Weg. Außer ein großer Baum. Aber der hat die ganze Zeit es nicht gestört. Ähm. Treibhörtschen kommen. Ohne Probleme. Der kann sich's mir tun. Wir haben keinen Platz. Und dann. Der von mir. Wir kommen nicht mehr. Weil wir haben keinen Platz zum Lager bauen. Was soll das? Der Schildrückenkönig muss drauf glauben. Ist irgendwas besonders eigentlich? Nicht, gell? Was ist denn? Schieferrücken. Schieferrücken. Der Schildrückenkopf. Den habe ich glaube ich auch schon dran. Ah, das ist einfach lästig. Sowas ist einfach lästig. Ja. A, das ist einfach lästig. Und da ist es so schön! Was, 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 was. Was mit mir kommt. Was mit mir geht. Dann müssen wir die ganze Zeit. Was mit mir geht. Also. A. Oh, was, 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 war, 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 war. Wann geht. sein jetzt platzer ausgeschüttet danke Danke. Ein Edelstein in Ehren kann niemand verwehren. Du hast nichts. Du hast nichts. Du hast nichts. Ja. Du hast nichts. Ja, du hast nichts. Oh, du hast den Named. Meister, der Hohen. Das geht jetzt selber dazu. Gete mit. Gete mit. Ja, damit... Wo gehen wir die ganzen Zauberer, oder? Irgendwo ein Nist. Vielleicht kann ja so an sich nichts mehr anfangen. Da sind sie echt schot. Ja. Black Hands. Ich glaube, du hast den Edelstein dabei. So. Wie gehen wir den noch besser? Wie geht er jetzt einfach mittendurch? Starten nur dabei. Okay. Uh. Ich habe ihn mit ihm geholfen. Mein Mann schluter, ja, das wird ja nix. Das ist kalt, das klar ist, was er. Hat sie bereit? Ja, ja, hat sie bereit. Schaut drauf. Da sitzt er. Sitzen. Ich muss aber Gift drauf. Ich würde ihm gar nicht so viel, wie ich ihn erhofft habe. Auf ihn! Geh all dich. Hau an. Geh all dich wieder, Wurz. Kann man gleich. Ich brauche kein Thema. Tag. Ich bin gerade gut drauf. So halten. Danke. Oh, du hast dich gehauen. Kranken. Exotisches Fleisch, weißt du Fleisch, ja. Naja. Egal. Man soll ja nicht dabei fragen. Einfach mitnehmen. Hast du da oben eine Kiste? Wahrscheinlich nicht. Aber wir schauen trotzdem. Mal war die da rum irgendwo, oder? Ich weiß es auch nicht mehr. Nein, da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Nein. Gut. Auch die Tiere habe ich in Komposti da und in Kulshank. Dass die nicht vergammeln. Und die ersten Königspobras waren in Komposti auch schon fertig. Die werden jetzt auch in Kulshank, obwohl die, wenn sie ausgerückt sind, nicht mehr vergammeln. So. Machen wir sie ja gerade noch großziehen. Ich glaube, die Pferden mich nicht mehr, wenn ich schon da bin. Am Ende. Machen wir nur eins mit. Sicher ist sicher. Ein freiwilliger Ketttransporteur. Danke dir. Immer schon durch, Santa. Hallo. Und seine tollen Königru. Uh. Immer dem Dschungel näher. Mein absolutes Lieblingsbiom. Oder auch nicht. Ich werde jetzt da den Fluss weiter entlang gehen. Da oben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wahrscheinlich da irgendwo. Oder da. Weiß ich nicht, ob ich da dann mittig durchgehe. Oder wir da an der Seite vorbei gehen. Also da sehen wir uns auf jeden Fall wieder irgendwo. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs dabei sein. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Servus.